Das ist eine Windhose. Jetzt haben wir das Höchstverschreibe. Guck mal, wo die blauen Regierer sitzen. Da muss... Bitte setzen Sie sich an das Fenster, dass es aussehen wird, wenn wir ausgebucht werden. Bei dem Hemd, was ist denn da los? Haben wir den Regen? Guck mal, guck mal, guck mal!